So, jetzt geht's um Banditenlager. Okay, dann blende ich mir das schon mal ein. So. Na gut, ich muss ja ganz in der Nähe. Achso, ich hab gar nicht mehr die... Ich seh die Pflanzen noch nicht mal. Ach da! Wuhu, das klingt immer so, als würde ich mich so total künstlich freuen, so... Und ich lauf gerade falsch, wie immer. Wunderbar. Da, pool wieder alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Ah, ah! So, wo? Wo? Doch. Mit den Hausierern hab ich noch nichts am Hut. Da. So, eins. Zwei. Komm schon, komm schon, komm schon. Drei. So. Ah, wunderbar. Fünf von zehn. Das will man eigentlich mehr. Da kann man... Pflanze, geh mir nicht auf die, ah je. Kaputt. Kaputt. Ja. 34.000 XP. Ich mein, wenn ich die jetzt hätte, dann... Oh, ne Menge Loot. Wenn ich die jetzt hätte, wäre ich, glaube ich, ein bisschen, äh, naja, besser. Ja, alles, was jetzt leuchtet, habe ich gerade gekriegt. Oh, not bad. Oh, ne. Da... Ich bin, da... Ich soll makellose Augäppel von den Viechern vermöllen, sonst die droppen nicht immer. Wunderbar. Ja, bei Mobs, wo ich sieben Minuten für einen brauche. Dort! Ha! Nein, selber. Ich beobachte dich. Meins. Es müssten überall diese Händlertruhen sein. Und mein Level Up müsste jetzt hier im Moment kommen. Ach, der liegt auf dem Boden. Ich dachte gerade, der wäre im Boden versunken. Stufe 16! Ich darf Bier trinken! Ja... Ja, tut mir leid. Auch vorhin. Wenn man sich mal überlegt, ich habe heute morgen mit... Ich habe heute morgen mit Level 12 angefangen, habe dann Level 13 erreicht und dann so, hey, ich mache mein Abitur bei Stufe 13 und so, ja. Ja... Ja... Schlechte Witz und so. Das dauert nicht mehr lange und ich springe rückwärts voll in der Mobgruppe, ne? Da fehlt nicht mehr viel. Ja... Komm, tu mir doch einfach einen Gefallen und stirb. Dankeschön. Danke, damit tust du mir einen riesigen Gefallen und... Ja... Ich will langsam diese Händlerkisten hier finden. Da hinten ist einer. Nix pullen, nix pullen, nix pullen. Nix pullen, nix pullen. Wunderbar. Tybenius. Ja, man liest auch nur, was man lesen will. Ich habe vorhin Toblerone gelesen. Ja... Wenn man lästet sich ja nur an den, ne? Geht doch, Alter, mal weg von mir! Ich mag nicht schmusen! Oh! Süßigkeiten holen gehen? Nee, für mich nicht. Wenn du welche haben willst, kannst du gerne welche holen. Und was hast du denn gedacht? Weiß ich nicht. Irgendwas mit Schokolade vielleicht. Irgendwas mit Schokolade? Du hast so viel Schokolade im Kühlschrank. Schokolade fällt mir gerade ein, hast recht. Was sagen wir? Der Kühlschrank ist voll mit Schokolade. Ist das auch mäßig? Ich komme in so ein Dorf und mische einfach mal alles auf. So, jetzt wird's haarig. So, jetzt wird's haarig. Klappt der eigentlich so ein bisschen wie am Schnürchen, ne? Also fast. Mit kleineren Mängeln. Aber ich mein, die hat man immer... So wie ich sehe, haben wir die... Geldsäcke auch noch nicht alle. Die brauchen wir dafür nicht. Die Banditen aber... So die beiden hier. Würd ich sagen, holen wir uns die, ne? Also wär schon... Naheliegend. Och, jetzt ist der da hinten auch noch aktiv. Oh, ich krieg das kotzen. Oh Leute, geht mir nicht auf die... Ah je. So. Hab da nun davon. Kannst du hier noch das ganze Geld einsammeln? Weil, ich mein... Man lässt ja kein Geld liegen. Macht man ja auch überhaupt nicht. Also so im... Alltag. Ne? Ne. Hochkonzentriert. Du bist halbtot. Psst. Psst. Jetzt hoffe ich mal, dass ich mal ein paar Geldsäcke herangeschafft krieg. Ah, 4 von 7. Das ist doch... Schon viel versprechender als... Ah, 5 von 7. Noch besser. Ist ja hier wie im... Wie im Paradies. Wie im kleinkriminellen Paradies. Warum treffe ich den nicht? Ich hab wohl... Ah. Blitznack. Was? Blitznack. Kennst du das nicht? Ne. Das sagt der Gantu. Dieser... Dieser fette Wal immer von Lilo und Stitch. Aber wenn der ihn etwas aufregt, sagt der immer... Ah, Blitznack. Okay. Jetzt so nicht mehr im Kopf. Da ich mir hier so ein bisschen die... Die... Bösen, bösen Wörter abgewöhnen muss. Weil man will ja hier auch ein bisschen professionell wirken. Bin ich mir jetzt dieses Blitznack oder irgendwas anderes vergleichbares an. Walfischdreck. Walfischdreck, genau. Algengrütze. Müssen das ja hier kinderfreundlicher machen, ne? Also ich mein, mal abgesehen von dem ganzen Blut, was sich hier verteilt. Haha. Ja, guck dir das mal an. Das ist... Unnormal. Aber es ist gut. Also das... Das... Das wertet das Spiel schon so ein bisschen auf. Auch wenn's... Auch wenn's auch ohne ganz gut ist. Ich mein... Man weiß, was ich meine. Blut ist immer besser. Blut ist dicker als Wasser. Heißt das doch auch so schön. Zwar im anderen Zusammenhang, aber es tut ja nix zur Sache. So, ich hab gleich meinen Soll erfüllt und meinen ersten Gildenquest erledigt. Mit dem Char hier. Es muss reichen. Der eine und einzige Gildenquest. Nein. Nein. Nix pull. Nix pull. Plus nix pull. Also die hier. Die muss... Und? Acht von zehn. So, wunderbar. Und dann... Wir beide noch und dann ist hier Schicht im Schacht. So. Da noch. Neun von zehn. Yay! Nur noch eins. So, dahinter ist die Pflanze. Das sah grad so aus, als wär die fleischfressende Pflanze irgendwie zum abernten da. Deswegen so, ne? Hab ich grad gedacht... Und der nächste ist weg. Der nächste? Ja. Super. Der levelt mir einfach noch mehr vor. Hahaha. Das ist so ordentlich. Mit dem Shuffle, den ich spiele, will ich äh... Level ich grad nicht. Ja, ich weiß. Aber mit dem wirst du ja wahrscheinlich eh irgendwann mal mit dabei sein. Ich habe noch eine Menge aufzuholen. Ich habe den Fortschritt noch mehr gelernt. Erworben. Errungen. So, du auch noch. Wie hält man sich in dem Spiel eigentlich? Warten. Und Tränke einwerfen. Ja, super. Warten bringt gar nichts. Was? Das heilt null. Das heilt null. Dann würde ich sagen Tränke. Oder vielleicht hier die, äh... Ausdauerhöhen. Ich weiß es nicht. Ich spiele da Spiel da nicht so lange. In der Art Ball. Die Ausdauerhöhen. Und das scheint nicht viel zu bringen. Ich muss meine Oma wieder ein klein bisschen höher packen. Aber ich meine, die Gilde sieht doch bisher gut voll aus. Ja. Dann kann ich mal was machen. Dann kriege ich mir derzeit die ganzen nervigen Sachen. Guck mal, da saß ich. Weil da mal ein Feuer ist und da ist das Viech gespawnt. Also... Oh, ist das gemein. Jetzt hat er mich von meinem einzigen Feuer vertrieben. Das ist ein ungültiges Ziel. Hm. Jetzt reint ihn zugeflügt. Boah, ist das nervig. Den Gildenmeister habe ich ja schon. Ungültiges Ziel. So. Damit ich immer sehe, wann die Leute on sind. Das ist nämlich immer so ein... So. Auch ganz kurz, dann ist die Ausdauer komplett. Weil durch diesen schönen Buff hier oben wird die maximale Ausdauer um fünf. Kann bis zu dreimal Akkum irgendwas. Das heißt, wir haben Ausdauer 135% und deswegen kann es jetzt weitergehen. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach, der Hausierer. 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 Hausierer ist richtig. Hausierer? Ja. Sind das nicht irgendwelche Schmarotzer? Ja. Hausierer sind Vertreter. Ja. 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 Ja.